Das ist der Grund hinter ihrer ikonischen Pärchen-Geste. Verliebt? Selbstbewusst? Oder unsicher? Eine Körpersprachenexpertin verrät nun, was wirklich hinter dieser berühmten Pärchen-Geste von Herzogin Meghan und Prinz Harry stärkt. Derzeit schweben Herzogin Meghan, 37, und Prinz Harry, 34, auf Wolke 7 bis zur Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Jetzt sind es nur noch wenige Wochen und die beiden wirken verliebt wie am ersten Tag. Die schwangere Herzogin von Sussex und Egade werden bei ihren Terminen auf Schritt und Tritt verfolgt und in jeder Pose abgelichtet. Verliebte Pärchen entwickeln ja bekanntlich sehr schnell eine eigene Körpersprache. So auch bei den britischen Tortelhauben. Vor allem eine Pärchen-Geste hat schon ikonischen Stellenwert angenommen. Und diese spricht Bände, wie eine Expertin für Körpersprache nun hellomagazine.com verrät. Ist Meghan etwa unsicher? Es geht um jene Geste, bei der Meghan mit beiden Händen den Arm ihres Liebsten festhält. Sie umschlingt ihn regelmäßig bei diversen Auftritten in der Öffentlichkeit und scheint sich an ihm regelrecht fest zu klammern. Doody James hat diese Pose der werdenden Mutter etwas genauer unter die Lupe genommen. Da ihr königliches Rollenprofil fest etabliert ist, hat sie eher ein eigenständiges Erscheinungsbild angenommen. Entweder ist sie bei Veranstaltungen allein oder sie übernimmt sogar die Führung. Wenn sie mit ihrem Mann zusammen ist, verrät die Expertin für königliche Körpersprache im Gespräch mit dem Online-Portal. Umso überraschender ist diese Geste, die scheinbar auf eine ganz andere Seite der Herzogin verweist, wie James weiter erklärt. Diese Hand- und Arm-Umklammerung deutet auf eine weniger sichere Eigenschaft hin, da sie sich hinter Harrys Arm versteckt. Seine Hand hält und ihre freie Hand auf seinen Unterarm legt und ihn anblickt, als sucht sie sie nach Aufmerksamkeit und oder Beruhigung. Stärkt sie Harrys Selbstbewusstsein? Die Erklärung könnte aber auch eine andere sein. In Bezug auf die Tour, welche das Paar vor wenigen Tagen durch Marokko machte, führt die Expertin für Körpersprache weiter aus. Die Geste fokussiert die Aufmerksamkeit auf Harry, sie lässt ihn etwas mehr nach Alpha aussehen, während er mit geschwellter Brust vorangeht. Das berühmte Verlobungsfoto des royalen Paares scheint die Vermutung zu bestätigen, dass Magen mit dieser Pose ihrem Mann vielleicht sogar absichtlich in die Hände spielt. Während ihres Verlobungsinterviews benutzte Magen sogar ihre linke Hand, um Harrys Arm sanft zu reiben. Um sich zu beruhigen, so dass es bei dieser Geste mehr darum ging, sein selbstbewusstes Profil zu steigern als ihr eigenes, erklärte James. Ob die Expertin die Gesten richtig gedeutet hat? Im Frühjahr dürfen wir uns erstmal auf den royalen Nachwuchs freuen. Dann sind die Karten neu gemischt und wir sind gespannt, wie sich die Sussexes als Familie entwickeln.